Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute um gerade Kanten. Wie bekomme ich auf jede Oberfläche gerade Kanten? Ich habe etliche Videos gesehen auf YouTube und habe festgestellt, es wird immer ein Klebeband verwendet und ein Untergrund und dann hat man die saubere Kante. Aber niemand sagt, was gibt es für Schäden nach längerer Zeit oder was passiert nach längerer Zeit oder was ist die optimalste Methode für alles oder was ist nur eine Methode für den jeweiligen Untergrund. Und dies werden wir heute auch alles machen. Wir werden auf jedem Untergrund alles einmal durchgehen und dann werden wir sehen, was für welchen Untergrund das Beste ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, warten wir nicht lange und schießen wir los. Ich habe jetzt drei Platten, wie ihr sehen könnt. Ich habe einmal eine Platte mit Traufaser angefertigt, dann habe ich eine Platte mit zwei Millimeter Putz angefertigt und eine, wie man es normalerweise findet, eine ganz glatte Wand. Ich denke mal, das bekannteste für Außenmaler ist die Putzplatte, für welche die viel drin sind oder auch generell für Maler die Raufaser, weil viele Mietwohnungen in Wohnungsbaugenossenschaften haben meistens noch Baufaser weiß ist, klar. Und dann haben wir die ganz glatte für die normale Kundschaft oder wo es dann halt drauf ankommt. Gut, was ich auch gesehen habe ist, es gibt es erstmal in jedem Video immer nur ein Klebeband, was viele nehmen, aber es gibt es heutzutage viele, viele verschiedene Klebebänder. Aber da nicht jeder jedes Klebeband heben hat, nehmen wir einfach das, was am meisten verwendet wird, Papierband. Aber jedes Klebeband hat seine eigenen Unterschiede und Merkmale. Wenn ihr was dazu sehen wollt, lasst es mich wissen und dann machen wir ein Klebebandvideo oder oder oder. Es gibt es ganz verschiedene Klebebänder. Es gibt es Gewebebänder, es gibt es Lackbänder, es gibt es normale Abklebebänder, es gibt es alles. Es gibt es auch jede Farbe, jede Klebekraft, aber die meisten Betriebe setzen auf Geld und da kommt das Papierband am meisten vor. Ich klebe das jetzt für euch alle ab und dann gehen wir durch, was Vor- und Nachteile sind. So, ich habe jetzt für euch alles abgeklebt und jetzt gehen wir jede Platte durch, in jeden Schritt durch und dann sehen wir, was passiert und was das Beste für den jeweiligen Untergrund ist. Fangen wir mit der ganz glatten Platte an. Und zwar gibt es fünf Schritte, die man machen kann heutzutage. Außer mit dem Pinsel beschneiden gibt es einmal das Hinterlegen mit Farbe, wo man einmal mit dem Unterton unteres Klebeband drunter streicht, trocknen lässt und danach den gewünschten Farbton drauf streicht. Aber das ist mit Trocknungszeiten verbunden, was viele da nicht möchten, weil viele schnell fertig werden wollen. Deswegen ist das eine Variante, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dann gibt es die Variante mit dem Acryl. Da tun wir mit dem Acryl am Klebeband und am Untergrund einmal langziehen, um den Hohlraum zu verschließen. Und dann gehen wir mit dem Farbton entlang. Aber, das werdet ihr bei der Putzplatte sehen, dass das nicht immer optimal ist. Dann gibt es eine Methode, das ist das sogenannte Spritzen. Manche kennen es, die Spritzen mit der Herles, manche Spritzen mit der Sprayflasche oder es gibt es dann auch so eine Farbsprühpistolen. Ist eine gute Sache. Geht am Klebeband wunderbar, aber manche haben diese Technik nicht zur Verfügung. Wir werden es heute mal mit der Sprayflasche machen. Und dann gibt es noch eine Methode, wo man mit dem Marlorakel anhält. Und dann gibt es noch die Methode, einfach andrücken, vorsichtig streichen und fertig. So, fangen wir an mit dem Unterlegen, denn das braucht am meisten Zeit. Dann werden wir immer den ersten nehmen. So, wir haben das jetzt unterlegt. Lassen das trocknen. Wir machen die nächsten Schritte weiter. Und zwar kommt hier jetzt das Acryl, obwohl wir machen hier das Acryl, da seht ihr das noch. Wir machen hier für euch das Acryl. Wie gesagt, dünn draufziehen, das reicht vollkommen. Ihr braucht nicht viel. Das ist nur, damit das verschlossen ist. Von Klebeband zum Untergrund. Einmal den Finger lang ziehen und fertig. Was ganz wichtig ist, wenn ihr das macht, lasst das Klebeband nicht zu lange drauf. Denn wenn ihr das zu lange drauf lasst und das Acryl fängt an betrocknen und ihr wollt abziehen, reißt ihr das sozusagen ab und dann sieht das richtig ausgefranst aus. Die Variante einfach nur einmal fest andrücken, mit dem richtigen Klebeband immer gut. Und dann streichen wir die Variante einmal. Dann haben wir die Variante mit dem Spritzen. Dann nehme ich einfach irgendeinen Lack, irgendeine Dose und dann spritzen wir hier einmal lang. Und dann gibt es noch die Sache mit dem Rakel. Einmaler Rakel, den halten wir einfach an dem Untergrund an und streichen hier mit dem Pinsel lang oder mit der Rolle. Für euch mache ich es mal mit dem Pinsel. Anhalten, fest drauf drücken und einmal streichen. Jetzt machen wir das Hinterlegte. Das werden wir jetzt auch noch rollen. So, wir haben jetzt auf der ersten Platte alles gestrichen unterlegt, ein bisschen trocknen lassen. Wir reißen das Klebeband aber jetzt ab, damit das Acryl nicht zu sehr trocknet und wir das dann abreißen und es abgefranst aussieht. Also lasst uns abziehen. Also wie ihr sehen könnt, sprechen die Ergebnisse für sich. Ihr könnt theoretisch alles machen. Es kommt darauf an, wie ihr es haben möchtet. Aber wenn man es genau betrachtet, haben wir hier einmal das mit dem Rakel. Das sieht jetzt nicht sonderlich gut aus. Es geht. Das Unterlegte ist eine top gerade Kante geworden. Das gesprühte auch. Und dann haben wir noch das Acryl. Das ist auch eine saubere Linie geworden. Wunderbar. Das war jetzt die glatte Fläche. Und jetzt kommt im Schnelldurchlauf die anderen zwei Flächen, die Raufwasserwand und die Putzwand. Und danach werden wir uns angucken, wie alles aussieht, was welche Folgen hat und wie man welche Folgen vielleicht verhindern könnte. Und dann steht uns nichts mehr weg. Let's go. Musik 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 bei der raufhase und bei dem putz und klar wenn du da mit der rolle oder mit dem pinsel streichst das dahinter läuft sind wir uns einig auf geraden flächen ist das machbar dass es gerade ist aber irgendwann sammelt sich die farbe an dem rakel beziehungsweise musst du dann auch mit dem bleistift vorziehen die linien um den ohne musst du wirklich exakt anhalten also ist es jetzt wirklich nicht so empfehlen danach ist die sache mit dem dahinter streichen und da habe ich habe ich setze mit absicht nicht so trocknen lassen weil dann könnt ihr sehen dass es mit dem dahinter streichen geht auf große flächen fassaden und so was wo man jetzt nicht genau hinguckt ist das eine wunderbare möglichkeit aber im haus kommt es darauf die kundschaft darauf an denn wie ihr seht wenn man richtig dahinter streicht gerade bei dem putz sieht man dass die flächen dann gerade werden weil zu viel farbe dahinter ist und da sieht man dass wenn farbe an das klebeband drückt muss ja weil damit es verschließt und genau diese glatte fläche hast du dann auf den untergrund und manche ich weiß nicht ich hatte bis jetzt noch kein neben das stört aber es kann ja mal sein dass das jemand stört dass man das sieht dass man die unterschiede sieht wo das klebeband hinkt wo man darunter gestrichen hat aber ihr seht auf jeder platte ist es gerade natürlich muss man das gott trocken lassen aber auf jeder platte beziehungsweise mit sehr körnigen untergrund wie putz oder auch fraufaser ist eine wunderbare variante damit nichts dahinter läuft danach kommt die variante mit dem spritzen wo ich sagen muss spritzen ist eine wunderbare sache wenn er die habt dann macht es aber mit geübter hand denn beim spritzen ist es so ihr müsst von jedem winkel spritzen oder ihr rollt es nach wenn ihr es nachrollt kommt bitte nicht über das klebeband denn durch das nachrollen mit einer rolle drückt ihr die farbe wieder und das klebeband und es sieht genauso aus wie bei den anderen beispiele dann dass die farbe drunter läuft deswegen wenn ihr spritzt entweder aus allen richtungen oder wenn ihr nachrollt bis kurz vor dem klebeband ihr seht spritzen ist eine wunderbare möglichkeit um gerade kanten zu bekommen wenn man die möglichkeit hat mit der technik und wenn das klebeband auch noch stimmt steht euch da nichts mehr im wege danach haben wir die kanten wo wir das klebeband angedrückt haben und zwar ist es da so es kommt auf das klebeband drauf an wir haben jetzt papierband wo die firmen wirklich gucken wo können wir sparen und da ist es halt leider nur mal so dass die meisten auf papierband setzen aber langsam switchen die um auf goldband und das klebt ein bisschen besser und das heißt hätten wir es mit goldband gemacht wäre es vielleicht nicht so dahinter gelaufen wenn man sicher sein auf glatten untergrund wunderbar wenn man es andrückt kann man machen aber auf putz oder raufaser je nachdem nicht nicht so zu empfehlen und dann haben wir die kanten mit dem acryl mit dem acryl ist auch eine wunderbare sache das problem ist nur dass acryl verschließt das acryl ist weiß das heißt wir haben dann immer die verschlossenen räume weiß wenn ihr in der privatkundschaft jemand hat der genauer hinschaut und das nicht sehen möchte habe ich für euch einen tipp nehmt transparentes acryl das sieht man nicht gleich aber ist die einzige variante weil wenn ihr weißes acryl nehmt ist es klar es läuft dahinter es verschließt ja auch und es ist weiß man hat eine gerade kante und draußen an fassaden ist das alles machbar ist das alles wunderbar aber wenn ihr jetzt bei anderen kundschaft seid die genau wirklich hingucken auch draußen vielleicht kann sein das einzige was ihr da machen könnt entweder eine andere methoden nehmen oder transparentes acryl und dann haben wir noch die folgen von acryl und zwar die erste folge ist wenn wir acryl zum verschließen nehmen ist die putzstruktur nicht mehr dieselbe es füllt ja acryl und dadurch sieht man das aber ich hatte bis jetzt auch niemanden dem das wirklich gestört wenn man jetzt aber nur ein anstrich macht kann die farbe darauf reisen denn acryl ist ein dichtstoff und dichtstoffe sind elastisch und die farbe wenn die trocknet reißt die farbe ich höre immer das acryl reißt das stimmt so nicht denn das acryl reißt nicht das acryl arbeitet und die farbe darauf reißt deswegen könnte es sein bei ungünstigen farbtönen dass es anfängt mit reisen mit der zeit nicht gleich in einer woche sondern erst über die zeit ansonsten die ihr sehen könnt haben wir bei allen drei beispielen mit acryl keine probleme es ist eine wunderbare methode und wie ich es euch schon gesagt habe wenn ihr acryl macht bitte wand für wand und kein ganzes zimmer das schafft ihr zeitlich nicht das kann ich euch sagen denn ihr müsst wissen ihr habt trocknungszeiten und manches acryl das trocknet schneller manches nicht so schnell aber ich würde da immer nur wand für wand machen da geht ihr auf nummer sicher und es trocknet dicht an und beim abziehen sieht es nicht ausgefranst aus und das waren die beispiele für gerade kann wenn ihr irgendwelche fragen habt oder wenn ihr irgendetwas sehen wollt lasst es mich wissen schreibt in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da oder ein abo und dann würde ich sagen macht's gut ich mache es vielleicht besser bis zum nächsten mal haut rein ciao